Lust auf eine Geschichte? Ist auch eine Gute. Vor 25 Jahren sah das Internet noch so aus. Und Filme oft noch so. Doch dann, hey, tauchte Netflix auf. Go to Netflix.com. Make a list of the movies you want to see. It's easy. Plötzlich landeten Millionen DVDs in Millionen von Briefkästen. Oh, die hab ich nie zurückgegeben. Upsi. Irgendwann konnten DVDs einfach nicht mehr mithalten. Zum Glück konnte es das Internet. Streaming war geboren. Bingen wurde das neue Fernsehen und alle hatten neuen Gesprächsstoff. They're about to go crazy in this prison, man. Weil man noch nie Shows mit so einem Cast gesehen hat. Oder mit so einem. Oder so einem. Oder die Sprache aussuchen konnte, in der man schauen wollte. Sie weiß, dass ich lüge. Diese Freunde hatten ziemlich bald ziemlich viele Fans. Ihr habt neues Essen probiert und neue Vorbilder gefunden. Manche von euch sind sogar mit verbundenen Augen rumgelaufen, was ehrlich gesagt ziemlich gruselig war. Bitte mach das nicht nochmal. Dann spielten auf einmal alle Schach. Auch wenn die meisten nur eins wollten. Netflix and chill. What is it? Weil verrückte Dinge entstehen, wenn sich die Welt gemeinsam etwas ansieht. Wie hat es Netflix in 25 Jahren bis hierhin geschafft? Hi. Von DVDs im Briefkasten zur Unterhaltung für die ganze Welt. Dank euch, den Fans. Weil ihr etwas Überraschendes lieben gelernt und in etwas Unglaubliches verwandelt habt. Aber genau das ist das Ding mit Netflix. Du weißt nie so wirklich, was als nächstes kommt. Ich finde es jetzt heraus. Schon ab 7,99. Schatten von 3,90. Vielen Dank.